Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dota 2. Nicht nur neue Runde, neuer Stream, alles neu. Was nicht ganz so neu ist, dass man ein paar Idioten im Team hat. Offlanestorm. Aha. Wir haben eine PA, die auch nach Anti-Mage gepickt hat. Aber wir haben vielleicht auch Glück. Und unser Mipro disconnected einfach. Drücken wir die Daumen. So. Ab in die Mitte. Kannst du mir zwei Tangos geben, bitte? Danke. Danke. So. Und vielleicht haben wir Glück. Und wir dodgen sowohl den Offlane Storm, Smart One und PA Nach dem, ähm, Anti-Mage-Pick. Go, go, go. Now, where did I put my Zip-Mage-Pack? Because this one, my friends, is in it. Dodge this. Komm nicht wieder. Eine Minute noch. Haha. Haha, der... Ah, der Kunker. Jetzt wieder Video-Games. Der Kunker denkt sich so, nein! Easy win! So geil. So, nein! Easy points! Wir wollen doch easy points. So, los mit dem Mörderfest. Aber vielleicht... Haha. Er hat sich immer noch selber gekillt, der Idiot. Ich will hier trotzdem zwei Int. Boah, bin ich froh, wenn das Spiel nichts wird. Haben wir Glück? Haben wir Glück? Komm! In der letzten Sekunde kommt sie wieder. Die PA. Jetzt hat es der Silencer auch gemerkt. Worum es geht. Achso, deswegen pausieren die. Außer man hat schon zwei Int geklaut. Und ihr Draft ist aus der Hölle. Komm! So, wir gehen das Facepalm-Emote. Heißt das auch einfach Facepalm? Nice. Putzig. Schade, sie haben sich so viel... Sie haben gedacht. Tja. Easy dodge. Easy dodge. Was hier Deppen. Tja. Spiel verlassen. Haben wir Glück gehabt. Der Draft war scheiße. Der Storm hat auch scheiße gespielt. Das ist dieses typische Zurune gehen. Mit so einem Helden wie Storm alleine. So ohne Escape. Auch klug. Gut, dass das nichts wurde. Nächstes Spiel wird super. So ein Scheiß. So ein Scheiß.